Mediteo denkt an mich. Und an mich. Und an uns auch. Mediteo erinnert an ihre Medikamente. Mediteo hält ihre Messwerte fest. Mediteo verbindet mit Arzt und Apotheken. Laden Sie die App jetzt kostenlos herunter. Wir wissen, wir brauchen ein besonderes Spiel, um mit einer Mannschaft wie Mannheim mitspielen zu können. Und das ist uns heute über weite Strecken eigentlich ganz gut gelungen. Wir wissen, wie gefährlich sie sind. Wir wissen, dass wir einfach spielen müssen, gradlinig spielen müssen. Und die Chancen, die wir haben, ich denke, das war ein Unterschied in Mannheim, die müssen wir nutzen. Und ja, so sind wir eigentlich im Spiel geblieben. Wir haben die ein oder andere Strafzeit zu viel genommen. Aber da muss man auch sagen, das hat auch was damit zu tun, dass Mannheim an der Scheibe ist und du musst halt verteidigen. Und wenn du andauernd verteidigen musst, dann machst du natürlich Strafzeit. Aber insgesamt, glaube ich, das Fazit fällt für mich sicherlich enttäuschend und ein bisschen bitter, dass wir heute keine drei Punkte holen konnten, was wir uns vorgenommen haben. Und auch mit zwei Punkten hat es nicht gereicht. Aber ich glaube, insgesamt die Moral der Mannschaft und der Kampfgeist der Truppe ist wirklich gut. Und ja, wir haben jetzt zwei schwere Spiele auswärts. Da gehen wir morgen in den Bus und spielen dann das nächste Wochenende. Ja, ich denke mal, wir haben uns an dieses Konzept vom Trainer gehalten. Ich denke mal, wir haben jetzt nicht so viele Fehler gemacht, haben auch mal rausgeschippt, wenn es sein musste. Ja, und am Ende in Overtime bzw. dann in Penalty-Schießen ist es 50-50 und haben wir heute in Kürzlangen leider bezogen. Wie verfolgst du das, wenn, um die Kläraufplätze? Das ist ja alles immer noch super knapp, super spannend. Wie verfolgt man das als Spieler? Wie verfolgst du das? Ja, man schaut natürlich auf die Tabelle. Und wir wissen, wir haben nicht mehr viele Spiele. Ja, und jetzt müssen wir so viele Punkte holen, wie es nur möglich ist. Und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen drauf schauen, was die anderen machen. Das heißt, wenn die anderen natürlich alles gewinnen, wird es mega schwer. Aber ich denke mal, wir werden auch noch ein paar Punkte liegen lassen und da müssen wir dann da sein. Viel Zeit zum Durchschnaufen. Der Bepp ist gar nicht. Morgen geht es gleich in den Bus zu einer Auswärtstour. Was erwartest du von dem World Trip? Was erwartest du von den Gegnern? Ja, wird auf jeden Fall wieder eine schwere Nummer. Also Ingwerstadt ist das Ganze ja sehr solide. Ich spiele gutes Eishockey und Straubing, Berlin zu Hause, ist auch nicht das Beste, was man haben kann. Aber ja, wir sind gerade in dem Mix drin. Wir freuen uns auf die Challenge. Wir wollen unbedingt in die Playoffs und als Spieler ist das super geil. Es geht jetzt um die Sache und freuen wir uns drauf.